also ich weiß schon was es bedeutet aber hab halt gerade nicht so im kopf was es denn jetzt eigentlich wirklich heißt zum beispiel engl fängt jetzt ja merkt man ja irgendwas mit verzehrend konsumierend oder sowas ich werde jetzt bestimmt ich hätte bestimmt hoffentlich berichtet also falls jemand weiß kann das mir gerne sagen falls ich es bis dahin nicht schon rausgefunden habe meine fresse das habe ich gerade am live stream da mal vor unserer wohnung oder also face gemacht daraus unsere wohnungen aber er habe ich ja letztes mal schon erwähnt im letzten aufnahme eisen abgebaut danke und holz noch besser ich habe mich durch die wand getroffen voll die hacker spinne also wir sind der witzig ich will koppel zwei bist du wenn ich wenigstens drei hätte könnte ich mir eine steinspitzhacke machen und titern benutzen um stein abzubauen und müsste so nicht meine also die spitzhacke verschwende ich ja schon nicht aber mir ist der satz entfallen könnte ich auch kohle holen so wie kam ich denn auf stadt von kohl ob von auf kohle holen zu spitzhacke verschwenden wahrscheinlich weil ich das verschwenden im kopf hatte und spitzhacke es stellt sich natürlich die frage warum ich hatte ich das motto verschwenden im kopf vielleicht verschwenden im kopf hat meine zeit oder eure vielleicht wollte er einfach lieber zu sehen wie ich die ganze baue aber so ein bisschen höhlen kulturen kommt es muss einfach auch mal sein das haben wir ewigkeiten nicht mehr gemacht meine herrn einer ja komm auf diese nähe muss ich kein bogen zücken einer ja creeper creeper ist gut jetzt finde ich mal danke das sollten genug kommstern sein hi da ist ein ender slender wo kommt ihr denn alle her die volksfestwanderungstag des todes hier stirbt verdammt das wasser den umgebracht ähm oh gott sei dank so wie viel steine 5 ok doch sind freich ähm so sicher ist sicher zack 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 ok haben wir hier schon mal kleines löschchen ok ok äh so zack 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 jahey steinspitzhacke zack 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 da ist ein schwert ich mach mal lieber noch ein steinschwert ich mach doch ein schwert ich mach doch ein schwert steinschwert halt einfach für Spinnweben Spinnweben Knochenschwert Werkbank au gib mir mein Pfeil, meine Herren ach das Haltbarkeit und kein oh ich kann mich doch, was die Effizienz hat so, äh nicht leistisch, sondern privat zu machen äh ja, da war ich neuerdings auch mal wieder drauf so, einfach mal sortieren au rupf voll ins Gesicht ich muss dich essen mit rupf Group rupf mehr rupf der nähe interessiert mich aber gerade nicht den weg suche ich mir dann schon selber ich bin ein zombie ich bin voll traurig und so ist nicht tot mein stadt mich umgebracht ja also kein schaumgefühl um hilflosen zombie einfach so um zu klatschen nein ja dann ist alles in ordnung können wir mal ein bisschen kohle abbauen mensch kohle seine ursprungsform ich find's ja lustig in den letzten patch notes also die 1 5 removed hero brian ja ja zu unfähig ein menschen zu töten vor allem wie ruhig einfach reagieren aber du 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 oh klatsch 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 also fackel weg es ist interessant falsche spitze das war dumm ok 24 kohle sollte eigentlich reichen fürs erste ein kurzen blick hier hin lunzen da ist lau da kann nichts kommen so gleich kurzen bestands check machen nämlich die rohstoffe alle abgegrast habe hoch na verdammt ich habe immer zu viel weg ich habe immer zu viel weg okay bestandskontrolle 2 64 kohle und einmal 25 sechs gold fast zwei stecks eisen 2 2 da bis da zu die blöcke ein bogen wird stärker 1 4 redstone erz hm oh geil das klang überhaupt nicht übertrieben boah geil diamanten da haben wir nur so wenig von verdammt 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 ja ok da sind auch noch welche kann ich aber gerade nicht sichern verdammt kohle das sind ja fast diamanten ja diamanten sind eigentlich nur gepresste kohle mann das haben wir bestimmt schon gelernt wenn nicht im live stream oder wissen es von hause aus hey eisen dafür baue ich gerne noch mal eine kleine brücke hin erde herkommen kann eigentlich nicht schaden stimmt so was haben wir hier hm zwei diamant blöcke ok oh das gefällt mir hat sich die reise schon gelohnt ja wow ein abes blöck was heißt sie nicht mehr kohle flüttern steinkohle guck mal ich hab steinkohle boah dann mach mal was im ofen geht nicht dam 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 ach du bist doch ein bastard hier ich komm hier nicht raus ich komm hier nicht raus ah ich bin draußen oh nein ich brenne ja komm hier ins gesicht ins gesicht daneben voll mit absicht noch eine karotte ja mensch hat sich ja schon fast nicht mehr gelohnt die zonen jetzt hab ich aber gar nicht geschaut ach so doch ich weiß jetzt welchen mod der werte debito lp benutzt endlich mal weiß ich das auch nämlich like level overlay b ist im prinzip das gleiche nur dass man die zahlen auf dem boden sehen kann mhm sehr praktisch und kann man halt an und aus machen per tastem druck da muss man nicht immer so rumlaufen wo kann ich was hin tun ja wo muss ich was hin tun sondern jo sieht es halt gleich so ziemlich geil muss ich auf jeden fall auch mal schauen ob der mod schon für die 1.5 da ist ansonsten ja hat zeit ne hat zeit so ich will da hoch ok hier scheint es wieder raus zu gehen oh hi naja diese um die ecke stellen taktik gegen sklette hilft immer noch also man stellt sich einfach um die ecke bis das sklette rankommt und schlägt es dann zu brei da kriegt man bestmöglich nur ein hit ich hatte eigentlich was für 100 abonnenten geplant also ein special aber ich habe es vergessen es war irgendwas weiß ich nicht ich glaube rapid devices aber nicht unter das kommentar schreiben äh unter das video es wäre spoilern dann müsste ich das kommentar leider sofort löschen denn spoiler sind nicht schnett das weischt du auch ähm sag mal was ist denn das hier hör mal super heft nur noch zitat anbringen ey unglaublich ernsthaft? ich bin schon fast an der oberfläche hier hi na gut scheiß drauf können wir uns so viele von holen und magma creme kriegt man ja Lohnroute plus slimeball ja mensch zum lück wollte ich keine magma cremes farm gehen 8,16,4, ja 1 Eisenerz benötig wem noch verdammt 4,5,6,4, 1 Eisenerz wir noch verdammt behaupte ich einfach mal vorhin habe ich doch die endlosen anzahlen an kohleflöße mit ich finde kohleflöße auch irgendwie das voll geilere wort statt steinkohle ja guck mal die steinkohle ab ja schön ich geh die stein oh und so schließt sich der kreislauf und so habe ich das stück hier hinten doch erforscht verdammt oh hi magst du ein paar pfeile ins gesicht mausempfindlichkeit ich habe in minecraft in letzter zeit sowieso nicht mit bohren gespielt also gekämpft ich knüppel ja eigentlich immer sofort mit schwert drauf muss ich mal wissen wo ich hierher kann ob das zeug noch da liegt bestimmt obwohl fünf minuten sind rum ein eisenblock victoria oder so ok let's go home habe ich gerade voll bock drauf wie komm ich da hoch ich grabe mich hoch night in the dark dream okay verpessimistisch das so so dann gehen wir noch unserer lieblingsbeschäftigung gleich mal nach und zwar fände diese riesigen 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 tropenbäume boah das war voll knapp man ich hätte beinahe ich hätte beinahe einen herz schaden gekriegt ne findest du auch oder hey magst du schwerter magst du bratwurst danke für die per oh für die per oh ja ich habe es verstanden unglaublich jetzt weiß ich warum ich nur ja die nicht es nicht mag also jetzt verstehe ich es ich habe den nicht abgeholzt oh nein hier müssen wir auch unbedingt noch was ordentliches hin machen so wie man hier sehen kann sind da keine kisten mehr hier ist nur noch ein leerer raum und hier ist nur ein charmant table plus taster und der geheimen ähm jetzt hab ich alles offscreen erledigt und ich glaube bei lp sky ist leer war ich einfach mal so frech und hab alles genommen und bei rapid ist leer ich meine die ausrüstung haben sie ja also und damit ich nicht während den videos äh sortieren muss habe ich die zwei kisten ganz vorne freigelassen wie man vielleicht bemerkt hat weil da keine schilder nur äh behangen waren hier die hier hatte ich jetzt einfach einen grund das ist die alles kiste da ich schmeiße einfach alles rein und dann wird das schön gebraten nein ja dann habe ich halt offscreen ein bisschen was zu tun aber meine herrn besser als das alles jetzt abbauen zu müssen und ja man merkt es vielleicht schon was ich gerade vorhabe kohle hat man noch und wir können auch nicht wieder die normale playlist an machen genau habe ich davon noch redstone oder lapis oder ich könnte meine spitzhange gebrauchen frisch repariert ja so ist stadt geil wir haben keins mark gefunden unglaublich moment eigentlich muss das ja so moment eigentlich muss das ja so moment eigentlich muss das ja so hier ist gut oder hier ist nächste weg verdammt das war schon mal falsch rum aber egal gehen wir halt mal mit kohle heidepresse ja ne ihr wisst was noch auf uns zukommen wird also ne d das für den frame es steht da obwohl ich 80 habe ich verstehe nicht wundern wenn es legt oder so irgendwas nicht richtig passt die welt baut sich gerade ab der trat voll kein bock mehr denkt sich schon ich mache jetzt nicht mehr mit und so ganz alleine machen ich muss was essen nom 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 ich hätte vielleicht meine steaks nehmen sollen egal der torm ist schon größer als unser haus als jetzt das hotel das sind seerosenblätter das ist gut das für den berg hinter dem haus scheiß ich habe fast keinen platz mehr also fast keine höhe mehr frei kommt klatschen wir das einfach mal ist weg wo sind denn noch mal auf also wenn der den rest so zumindest auch wieder anfangen zu legen also ich bin bei 40 frames oder nehmen ist die fünf video 40 file 5 verstehe ich nicht